Ärzte Mangel, das betrifft jetzt schon viele Menschen und das Problem soll in Zukunft noch schlimmer werden, denn viele Allgemeinmediziner werden sich wohl in den kommenden Jahren zur Ruhe setzen. Eine Nachfolge zu finden ist oft besonders in ländlichen Gegenden richtig schwer. Es gibt einen Ort im Südwesten Deutschlands, der gezeigt hat, dass man sich damit aber nicht abfinden muss. In Willingen an der Mosel hat die Arbeitsgruppe Arztur auf ganz unkonventionelle Art eine Nachfolge.